Bisher habe ich nichts gesagt zu diesem Wahnsinn, dass die Tagesschau offenbar den Begriff Mutter aus dem Wortschatz verbannen und durch gebärende oder entbindende Person ersetzen möchte, weil ich das ehrlich gesagt für einen April-Scherz gehalten habe. Aber es ist wahr und ich frage mich, wann mehr Leute erkennen werden, dass dieser ganze Genderschmarrn zutiefst frauenverachtend ist. Ich bin ja keine Mutter, ich bin ja auch keine Frau, dürfen wir auch schon nicht mehr sagen, was bin ich dann? Eine genderfluktuative Person mit unbenutzter Gebärvorrichtung. Und es wird ja nicht aufhören. Nein, es geht weiter. Bin mir ziemlich sicher, dass die rot-grüne Mischpoke in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den Gesetzesentwurf durchwinden wird, dass du dir einmal im Jahr dein Geschlecht selber aussuchen kannst. Da freue ich mich heute schon, wenn ich dann in der Therme erding mit meinen kleinen Nichten in der Damenumkleide stehe und dann kommt irgendein Typ rein mit hängendem Gemächt und baumelnden Eiern und ich erzähle der meinen Nichten, dass es jetzt doch gescheiter ist, dass wir uns im Auto umziehen. Und der Betreiber der Therme, der hat nicht einmal das Recht, dass er diese Person aus der Damenumkleide entfernt, weil der hat ja das Recht, sich einmal im Jahr auszusuchen, dass er gerne eine Frau wäre, auch wenn er keine ist. Und ja, dann sag ich, bitte lasst euch nicht alles gefallen, weil wenn wirklich immer die Klügeren nachgehen, gewinnen irgendwann die Deppen und momentan schaut es so aus. Das war das Wort zum Dienstag von der Tante Molle. Das muss auch Blöde geben, nicht? Aber es werden ja viel mehr.